Was kann man an einem Wok machen, dass er noch besser wird? Antihaft beschichtet. Eine kratzfeste Beschichtung, aber das Wichtige ist, durch die Antihaftwirkung kann ich natürlich mit verschiedenen Soßen und Co. das Produkt, was ich nachher richtig anwocke, kann ich ablöschen. Nichts klebt an dem Wok, alles ist ein Produkt. Das, ganz banales Perfektion. Das, ganz banales Perfektion.